Hey Leute, was geht ab? Euer Pax United ist am Start und heute endlich die Auflösung meines 1000 Abonnenten-Spezial-Videos. Auf jeden Fall habe ich ja ein paar Karten, ein paar Bundesliga-Chips verlost. Welche Karten das sind, könnt ihr einfach mal nochmal beim Gewinnspiel reinschauen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier alle Teilnehmer auf ein paar Listen verteilt. Ich kann die Listen immer kurz nochmal durchgehen. Alle werde ich jetzt nicht vorlesen, ich werde sie nur kurz zeigen. Zack, die erste. Dann haben wir hier die zweite. Die dritte. Und zu guter Letzt auch die vierte. Auf jeden Fall, ich glaube insgesamt sind es glaube ich 70 oder 80 Teilnehmer ungefähr. Auf jeden Fall werde ich jetzt alle Teilnehmer in kleine Zettel schneiden. Kann ich ja einmal kurz vormachen hier mit der Riesenschere hier. Haben wir nämlich Niklas Z hier am Stüttel ganz unten. Niklas Z. So, dann schneiden wir Niklas Z durch. Niklas Z werden wir dann so falten. Zweimal, dass alle Zettel ungefähr gleich sind. Dann machen wir hier die Tindos auf und packen den Zettel da rein. Und so werde ich es auch machen mit jedem Zettel. Und dann sehen wir uns wieder, wenn alle Zettel da drin sind. Und da habe ich hier den letzten Zettel in der Hand. Und ich werde ihn jetzt hier reinwerfen. So viele Zettel hatten wir noch nie in einer kleinen Mini-Tindose. Also fettes Dankeschön, dass so viele mitgemacht haben an dem Gewinnspiel. Wir machen jetzt hier die Tindose zu. Und ich kann ja schon mal sagen, dass beim 1500 Abonnenten Spezial werde ich auch wieder ein kleines Gewinnspiel machen. Und da werden aber zwei Leute gewinnen. Nicht wie heute nur ein auf jeden Fall. Hier die Tindose schön schütteln. Und dann werde ich gleich einen Zettel ziehen. Und das ist der Gewinner. Und der schreibt mir am besten innerhalb von zwei Wochen eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse. Pexunitedatgmx.de Da schreibt er dann einfach seine Adresse an mich und sagt, dass er gewonnen hat. Und ja. So noch ein bisschen schütteln. Zack, zack, zack. Und dann machen wir die Tindose mal auf. Langsam nicht, dass ein paar Zettel schon rausfliegen. Na. Das gibt's doch gar nicht. So, 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 so. Bin ich jetzt hier zu doof, die Tindose aufzumachen oder was? So, jetzt habe ich sie. Okay, langsam, kein Zettel ist rausgeflogen. Gut. Und wir ziehen jetzt einfach einen Zettel. Ich schau weg. Ihr seht es zwar trotzdem nicht, aber ich schau trotzdem weg. Und da haben wir zwei Zettel. Ich möchte aber den, den ich in der Hand habe und nicht der. Genau dieser Zettel hat hier gewonnen. Mal schauen, wer das ist. Tindose kann wieder zugemacht werden. Und der Gewinner ist, 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 der Gewinner ist, 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 ist MutprobenTV. MutprobenTV, bitte eine private Nachricht. Wie gesagt, an meine E-Mail-Adresse. Du hast gewonnen. Du hast die ganzen Karten gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, tut mir leid, dass an diejenigen, die nicht gewonnen haben. Aber wie gesagt, beim 1.500 Abonnenten-Spezial gewinnt zwei. Und da ist die Chance ein wenig höher, dass ihr auch gewinnen könnt. Und auf jeden Fall MutprobenTV, bitte eine Nachricht an meine E-Mail-Adresse. Die findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Da schreibst du mir einfach meine Adresse, deine Adresse natürlich an mich, an die E-Mail-Adresse. Wie gesagt, dass ich dir den Gewinn zusenden kann. Auf jeden Fall freue ich mich schon drauf auf die nächste Zeit, Leute. Ich möchte auf jeden Fall wieder aktiver Booster und Openings etc. hochladen. Ich habe hier schon ein paar Bundesliga-Sticker rumzuliegen, also Tüten rumzuliegen. Ein paar Adrenalinkarten, Blister und so weiter. Die werden auf jeden Fall in der nächsten Zeit kommen. Freut euch drauf. Ich freue mich drauf auf die nächste Zeit. Haut da rein, Leute. Euer Pex und leitet es raus. Tschüssikowski. Ciao.